Sie wussten nicht, ob die Babys überleben werden und waren unendlich traurig natürlich und fragten mich. Und ich sah die Schutzengel der Babys an ihrer Seite und sie hielten ihre Hände in ihren weißen Lichtgeländern auf der Brust und auf dem Bauch der Neugeborenen, schickten ihnen Licht und Liebe und diese Energiedurchflutung wirkte so richtig erdend, erdend, erdend. Der Schutzengel dieses Papas an seiner Seite im weißen Licht hat ihn umarmt, seine Hände auf sein Herz gelegt, ihm Trost und Zuversicht geschickt und immer wieder die Botschaft, ja nicht aufgeben, ja nicht aufgeben, also nicht den Gedanken zweifeln, nicht den Gefühlen zweifeln, sondern gerade dieses Energiefeld der Liebe auch für die Kinder aufrecht bewahren.